Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part vom MM-Projekt, wir sind wieder in der Mine, ich habe wieder Shader aus wegen Minenarbeit, da lohnt sich Shader einfach nicht und wieder mit dabei sind Jörg und Fischi. Hallo, moin. Oh, wirklich Verdächtigen. Leckt das gerade. So viel Scheiße. Vielleicht ist Kischi im nächsten Part auch hier dabei, aber keine Ahnung. Ich habe ihn gerade eben gefragt, er hätte keinen Bock. Ja, ne. Gespräch beendet. Ach so, ja, aber er hat nur geschrieben, dass er jetzt Geld abheben muss. Das hat er mir nicht geschrieben. Nachdem er mir geschrieben hat, dass er Geld hat, hat er mir nicht mehr geschrieben. Ja, genau, bau das Holz auch noch zehnmal ab. Meine Handgelenke tun will. Du meinst, nachdem seine Freundin Geld hat. Ja, gut, er hat kein Geld. Ja, ist halt Kischi. Genau, der ist aber ein Exespring über Block und man plötzlich komplett in ein Loch und kriegt Fallschaden. Kenn ich. BG. Also bei mir können sie momentan auch im Internet liegen. Schaut nämlich gerne 16-K-Leitung. Aber hier kannst du momentan am... ...autor liegen. Meine 16-K-Leitung. Ich will meinen Blu-ray-Player endlich haben, dann kann ich nicht Blu-rays gucken. Die du nicht hast? Ja? Die du nicht hast? Ich mitbestellt hab. Achso. Denkst du, ich bestell mir ernsthaft ein Blu-ray-Player und Blu-rays? Nein, ich bin Rikishi. Was hast du dir für Blu-rays bestellt? Serie oder? Hä? Serie oder? Scarface und Aparte Collection. Okay. Um es mal mit den Worten eines Kollegen zu sagen, das sind die Geldleute. Ich verstehe jetzt nicht, was du mir damit sagen möchtest, aber okay. Das ist nicht cool. Wir haben halt nicht die besten Mikrofone, ne? Und kauft euch bessere. Kauft du mir eins. Oder überhaupt einfach. Ernsthaft? Ich bin froh, dass ich überhaupt eins hab. Hättest du ja so Rikishi fahren können, dass wir uns eins klauen können. Na, wir machen geklaut keine armen Leute. Alter! Zwei Birken gleich wieder nachgewachsen, ja! Ey, dann bist du einfach in Robin Hood, aber umgedreht. Das könntest du mir ne Axt mitbringen, Jörg? Wo hast du alle Steine verbraucht? Nein, eine Kiste muss noch fast voll sein. Das ist die Kiste. Alles Kiste sind leer. Jetzt ziemlich leer sind so. Gut gearbeitet. Komplett leer. Kein Stein da. Welche? Ach, hier ist noch. Und ich hoffe, dieses Mal, ich bin mein kompletten Level verlieren. Naher genau, letzter Mann, dauernd alle Level verloren. Geh ich nicht noch. Wenn jetzt Jörg irgendwo, äh, dann hebe ich keine seiner Sachen auf, sondern geh einfach an die Oberfläche und warte in meinem Haus. Ach. Einfach so, nö, interessiert mich nicht, ciao. Nein, das sind mein Level und die will ich auch behalten. Dein Zeug kannst du selber suchen. Toll, der Dschungel, den ganzen Tag noch kein Sapling verloren. Oder hast du schon eng aufgehoben, Jörg? Nö. Müsstest du, aber du hast hier Viererkästchen ausgehoben. Oh, ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne. Was? Man verbrennt nicht, oder? Man verbrennt nicht, Hilfe. Ich will da euch. Ach, so ein Problem. Da oben waren aber, ähm, Dingens. Hast du welche hier zufällig aufgesammelt? Guck mal bitte nach. Verbrennt, man! Ja! Ja! Man verbrennt nicht, wenn man ein volles Leben hat. Kommt drauf an. Ja, hast du vielleicht noch ein... Jetzt will ich ja ins Wasser rennen können. Äh, nee, ich hab nur Birken setzen, Dinge. Hm, shit. Hast du mir ne Axt mitgebracht? Nö, weil ich hab Eisenblatt, sieben auch die Ahnung. Ich hab auch Eisenblatt, ich hab auch Eisenblatt, hört mir drauf. Toll! Kein Dschungel, es hat den Job, Dankeschön, spielen. Wollt, sind wir gar keine Ahnung, oder was? Ja, wir haben noch gesagt, und töten einfach Kirschi und bauen sein Bevorherb. Ich sehe den nicht schon wieder, ne? Alternativ, schon mal einfach den Jungle gehen. Oder wir töten Kirschi, weil das schneller geht. Äh, ja, das ist ein bisschen... Hinter dir ist die Axt. Hinter dir ist die Axt. Ja, danke. Au! Ey, komm mir voll leise vor, ich drehe nur einen lauter. Wer kommt dir voll leise vor? Ihr beide. Dann bist du einfach leise, also ich hab euch beide befällt gerade. Aber ich hab euch ja auch eingestellt. Ja, das Spiel ist so laut, ich drehe wieder einen runter. Eins, zwei, drei, vier... Ja, so ist gut. Zack, zack, zack. Ach, fisch. Zack. Ja, ähm, ich höre jetzt erst mal, keine Ahnung, wie viele Parts ich das machen werde. Nein, ich möchte die Krabbel, die Krabbel so nicht da setzen. Ich möchte die Gantel da einsetzen. Ja, ich hab keine Ahnung, wie lange ich das hier machen werde noch, mit, äh, Levelfarben, beziehungsweise Rohstoffefarben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. So eine riesige Farbe zu bauen, hab ich momentan keine Lust zu. Das dauert nicht zu lang. Ich überprüfe erst mal ein paar Slimes. Dann bau doch an deinem Haus mal weiter. Dann soll ich da weiter bauen. Weiß nicht. Bist du fertig? Ich kann eine Einrichtung bauen, ich hab keine Lust dazu. Ja, muss ich auch. Ob ich jetzt noch irgendwas wichtiges. Ja, warum? Mit Rohstoff kann man nie genug haben. Da hast du recht. Aber wenn du keinen Bock mehr drauf hast, musst du was anderes machen. Ja, wenn ich keinen Bock mehr pro Schaub, dann mach ich was anderes, aber momentan. Ein, zwei Farbs kann man ja mal machen. Das ist ja im Grunde genommen Minecraft, ne? Ja. Abbauen und ausbauen. Weil es gibt hier keine Mods auf dem Server, weil die machen ja Minecraft nur schlechter, wenn Vanilla spielt und Vanilla ist ja so toll. Demokratie. Ist es ja eigentlich auch. Nein. Wenn es für manchmal kein Mods gäbe, dann würde keiner mehr der Spielspieler, dann wäre es kein so großer Erfolg gewesen. Hast du schon recht. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wenn die Vanilla spielt. Ich meine, Vanilla kann man einmal spielen und wenn man das einfach nur dann gespielt hat, dann machst du immer keinen Bock mehr. Man hat einfach... Och nö, hier ist ein riesiger Baum in Schuhen. Man hat einfach zu wenig, ich sage jetzt mal zu tun. Man kann sich ein Haus bauen, dann baut man eine Farm, dann baut man Rohstoffe ab und hat irgendwann alles und dann denkt man sich, yo, ich gehe jetzt in Ruhestand. Ja, so war es so. Jetzt kann man ja noch in diesen Ender Dragon dazu hören, dann habe ich jetzt gleich noch Ausbauung noch. Nein, das kann man ja hier schon nicht. Ja, aber normale Vanilla halt. Ja, und dann noch Ruther und dann ist auch schon Schluss im Bus. Dann kann man sich natürlich mehr freuen, wenn irgendwas Neues so in den Patches kommt und dann hofft, dass man, dass deine Welt dann immer noch funktioniert. Ich liebe diesen Kommentar von dir, dann ist Schluss im Bus. Wehe. Normale Leute sagen so, ja, du hast das Ende im Gelände, du sagst, sie hatten den Schlüssel im Bus. Ja, aus hier mal aus, Ende im Gelände, Schlüssel im Bus. Finde ich richtig gut. Danke. Wie viel Redstone brauchen wir denn? Gar nichts, doch so. Alles. Jörg, da kommen Monster. Du brichst kein Bett mit. Wow. Äh, wir auch nicht. Ja, aber ihr seht hier in der Nähe von der Stadt, ich bin hier unten. Die Nacht dürfte eigentlich schon fast zu Ende sein. Es ist Nacht, ich wusste gar nicht. Was? Schon hier hinten? Was? Hast du noch was für Elf? Blablabla. Danke. Bitte. Ach ja. auch hier unten ist ja nicht nur ein bisschen kohle und der übliche scheiß wasabi ja wasabi ist nicht leggehe hoher müssen noch einmal so ein Feld bauen ja mann eigener wir haben noch ein bisschen ich bin es zu tun nur so wie viel wie viel er bei baut ja ich immer so pro Art an 2 4 6 sieben Euro zum Stück das läuft ja sind sie pro reihe ihr seid die Supergärtner ihr schafft das ja wir sind sieben pro reihe also 14 Stück außer von den Dschungelbäumen Dschungelbäume sind ein bisschen weniger zum Glück kann man die spinnig zu töten weil sie dir immer einen Schaden machen also nicht so schadenslos töten du schlägst sie und dann so wenn die nicht schon Angriff haben kriegen sie erst den Schaden oder so oder sie springt los du würdest sie schlagen es lag und dann hast du schon einen Schaden bekommen ja hier steig läuft so das war jetzt gerade die ganze Baumschule ähm Jörg baut da fleißig weiter ich kann was für uns weiter gucken ich muss aufnehmen ich bin noch bei der letzten Folge von der erste Staffel die war super ich gehe jetzt mal ein bisschen in mein Haus und Baudama aus weil ich weiß ich habe so ein riesiges Haus und das ist irgendwie gerade komplett unnötig das wird auch immer unnötig sein nein das ist total nötig gewesen das hat genau die richtige Größe ich merk schon du bist nicht so überzeugt wenn ihr habt ihr nicht gesagt du hast noch ein Reiger was denn nehmt bei dem was bei mir die die Prozent ja 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 war er in Kommandos und Bruder aus dem Vormannhaus wir haben ab und über Punkt wird die Bieten ihr habt das Pläne an Höhe ist untergefallen ich habe auch noch das für dich und das für dich und das und das und das ich habe mich gerade in eine andere cave gegraben aus der cave ok schick schick halt link ist es einfach die cave die da also es ist noch dieselbe cave die ja noch weiter geht könnte ganz gut sein mal behaupten aber übrigens eine neue eisenspern in der diamantspetsacke meines fast leer fast alle schloss im bus erst mal sie ist leer deine diamantspetsacke ach du scheiße ja das ist schon die dritte die kaputt ist und zwei davon sind nur verbrannt gut also hier gehen wir nicht hoch hast du mein diamantschwert noch oder deins besser gesagt ja meins habe ich jetzt wieso nur so ich wollte wissen ob du schon wieder kaputt gemacht hast nein das andere habe ich ja nur verloren nicht kaputt gemacht die waren beide kaputt ich habe doch nochmals gegeben nein eins habe ich in der lava verloren und das andere das hat jörg jetzt das hat jörg jetzt ach ja stimmt ich war grad kotzen hab ich wahrscheinlich sein die erschwert das ist mein halbbar k2 hab ich seit dem Anfang an ich sagte dass er wahrscheinlich verdient er hatte ich nur so dass es kaputt ich habe gesagt ich habe verloren es mir egal jedenfalls hast du noch eins wenn man bei Kürti liegt noch ein schwer drum ne ja ja das ist für schieß hat es irgendwelche verzauberungen Menschen drauf nein gar nichts shit wobei ich koste den Shader wieder an ich gehe mal kurz damit ich wenn ich FPS habe ich glaube den Partner nicht Kürti plündern wer warum warum was da stand gerade ein Grasblock neben der Laterne ist doch hübsch yeah er gab gerade für mich wenig Sinn ich renne gerade zu Kürti zu Kürti gut dass die Chunks so schnell bei mir nachladen richtig schnell ey in seinem Keller sagt er habt ihr den ganzen Stein leer gemacht nein ich hab den umgestrukturiert in die Kiste neben dem in der Erde was seid ihr denn bitte für Menschen ihr nehmt aus der ersten Kiste ein Steak Dreck raus anstatt aus der zweiten ich hab bisher immer aus der zweiten genommen Schotgun ich bin dieses Mal nicht schuld und wenn irgendwie ein halber Steak da noch drin also der einzelne Teil der Papi immer anstehen und nicht irgendwie mitten rein dass die Scheiße durch den Schnauze durch den Schnauze wer hat der Schnauze ich rede mit dem ich will ich bin so ein Rampo da so ich komme ich schaue mich auf die Maul und da ist wenn er vertreten ist durch Schnauze Jörg wollen wir uns gegen unseren Führer erheben nirgendwo ok es reicht die ist halt irgendwas kaputt ich glaub dann ich bin fast tot du hast meine gesamte Röster kaputt gemacht du hast angefangen ich stehe hier noch hin in so einem Hemdchen hey das geht bei mir auch kein Problem das ist irgendwie halt komisch nee was ist der Doktor hm die Doktor wir haben kann man äh Lapislaussi Blöcke Blöcke machen oder Redstone Blöcke Blöcke sonst machen kann es auch nur das wäre super wenn man die ja nochmal so in Blöcke machen kann total ja dann hätten hätten könnten wir viel Platz an blöckige Blöcke ähm ich hab grad irgendwie keine selbe Lebensaufgabe ich muss mal ein bisschen in meinem Haus weiterbauen was ich ja gerade gar nicht kannst du mir Knie holen aber ich verliere haben wir überhaupt noch welchen ich glaube ja es gibt ja viele über ein bisschen hast du dich ne Weile beworfen was das hat gerade so gelegt dass ich das überhaupt nicht mitgekriegt hab so das ist ja doof ja wir haben noch so zwei Stacks Kies ich mach ein paar Kohleblöcke okay was ich mach ein paar Kohleblöcke ja ähm was hast du gesagt Jörg ich dachte die sollten reichen dezent mhm ich hab so'n drei Wecker hauen hier na wir bauen hier auch ordentlich ne wir haben jetzt 64 Kohleblöcke was ist das für Menschen ja alles so hier sind übrigens noch 5 Dschungel seit längst 4 also müssen wir Kishi doch noch nicht töten ich muss die erst verbrennen warte ach so ja pack pack sie am besten in den Ofen damit wir ein bisschen äh Clay braten können wir einfach nur damit wir Kisch töten können mach mal bitte ein Dach Dach auf deinem Dach ein Dach auf dem Dach auf dem Dach ja ok warte dafür brauche ich noch ein bisschen Clay das könnte nochmal so 40 Eimer Lava kosten du machst am besten so dein Dach und dann machst du das nochmal dann brauchst du dein Haus einfach nochmal genau spiegelverkehrt da drüber alter das wäre so geil mach das bitte später ok ich hab kein Essen mehr Freddy könntest du mir was zu Essen mitbringen kannst du mir ein Bier holen? ich hab schon eins danke ich möchte dich hier zu Besuch haben bitte ähm was willst du zu Essen haben? Essen egal Kürbiskuchen nein die kriegst du nicht die kriegt niemand außer alle außer Kishi wie viel Essen willst du? ähm so 2-3 Stacks am besten ich hab dir 26 Kürbiskuchen hier läuft Kürbiskuchen heilt Todesviel genauso wie ein Steak die auf dem Grund also ich komme dich an Scheiß Türen durch ja ich weiß ich kenne das bin auf dem Dachboden komm hoch was du bist ich auch gesagt du warst grad vor mir ich bin auf dem Dachboden ich bin mal im Schlafzimmer du warst eben grad doch über mir ein Stockwerk nur ich überlege ich war doch gerannt ich überlege wie ich das Schlafzimmer baue Lass das mit ich hab keine Rüstung ja lass du das doch mal im Moment auf die Kartoffeln das sind Kartoffeln aber die heilen genauso viel glaube ich ähm zweieinhalb glaube ich Jörg wieviel heilen Ofen Kartoffeln? ja das reicht für Fischi der braucht nicht so viel das wird ja noch fett Schwein oink oink ich sag dazu jetzt nichts ja so fette menschen scheiße man Taporski aus der Kirschi Tapors kann hier nicht raus siehst du das siehst du Tapors siehst du wie es rauskommt Tapors ja kommst du nicht raus Mensch gut dass das nicht lustig ist ähm ne Dingshose in der äh ne äh Eisenhose im Rüstung kannst du die rausnehmen die hab ich äh noch gecraftet aber ich nur eine hatte ja danke hab ich dir einfach reingefallen wir haben keine Sticks mehr was seid ihr für ein Mensch ich hab Sticks dabei ne ich hab sie ja gegeben glaub ich ich glaub ich hab sie ja gegeben ja egal ich crafte einfach ein paar neue ich hatte so zwei Sticks dabei glaub ich die hast du mir aber nicht gegeben ich weiß nicht dann liegen sie draußen in der Kiste warte ich guck mal nach ja aber da kommen ihre Holzgegängsteine rein vorher nur gut dass wir keine Hungersnot mehr haben äh ne hier liegen sie auch nicht komisch wir haben irgendwie absolut keinen Ort nur in unserer Holzkiste ne nein haben wir nicht dubdi dubdi du so jetzt hab ich ne neue Diamantspilzacke und der Part ist vorbei wie man vielleicht gehört hat jo das hat man gehört ähm sag mal tschüss Jörg so dann würde ich sagen ich hoffe der Part hat euch gefallen bis zum nächsten Mal dran Leute und ciao ciao ciao